. . . . Hey Leute, willkommen zum 19. Törchen des Minecraft PvP Adventskalenders mit Tobi und Torben. Hallo! Und wir spielen eine Runde Mikro-Battle auf dem Mineplex-Server. Das ist richtig. Ich hoffe wir sind in einem Team, das wäre ganz schön. Ja, sind wir, sind wir, sind wir. Hallo? Oh, ich bin Archer. Ich bin Archer, ich habe vergessen. Ja, ich auch. Egal, alle drei Archer, dann spielen wir ein bisschen defensiver. Ja, genau. Für die, die das Spiel vielleicht nicht können, der ist etwas neuer, der Spielmodus. Geht einfach darum, die anderen Teams zu vernichten. Darf ich dich kurz unterbrechen? Wollen wir uns hochbauen? Wollen wir? Würde ich sagen, wenn wir drei Archer sind. Ja, würde ich sagen. Ja, okay, lass' es hochbauen. Bin oben. Das ist natürlich... Äh, Gelber ist schon bei uns, Gelber ist schon bei uns. Wo? Lol, der killt direkt. Einen von uns, egal, den lassen wir sterben. Man muss mit Verlusten rechnen. Der hat den getötet. Das ist natürlich die Pussy-Taktik, aber... Tobi, der hat überlebt. Oh, der hat sehr schön. Ah, beinahe, beinahe untergeschossen. Okay. Äh, ich würde nicht so bauen. Ich würde hier so bauen. Guck mal. So. Der da, der Blaze-Ginder, dieser Seppi Ronaldo, der hat nicht mehr viel, sag' ich. Der an der Seite hat nicht mehr viel von Gelb. Aua. Äh, ich pflanze hier erstmal ne Margherite, ne? Äh, ich hab' meinen runtergeworfen. Äh, Leute, nicht da draufsetzen. Guck mal, so. Da unten, die sind, die, die stürmen blau. Oder was das da ist? Rot, wenn du die blauen meinst, die stürmen rot. Oh ja, die gelben stürmen auch rot. So, jetzt! Ach, verdammt, ich renne. Ich dachte, renne da rüber. Hab ihn, hab ihn. Er fliegt nicht. Ganz. Er steht da an der Seite, dieser Ubi. Ich seh's, ich seh's. Der ist locker geschwächt. Vorsicht, Gelb schießt. Von, äh, äh, hier, äh, Rot. Über, übernehme ich, übernehme ich. Der Tobi hat ganz wenig. Ich hab' den zweimal getroffen, das heißt, mindestens fünf Herzchen verloren. Ja, lass, 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 lass sie sich vernichten, da. Ja, wir können draufgehen. Komm, lass drauf. Nein, warte, 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 warte. Ja, aber die kriegen wir, komm. Dann kriegen die auch nochmal nen Fight zu sehen. Ja, okay, dann komm. Okay, dann komm. Vorsichtig. Aua. Okay, los. Ich nehm' mir den. Oh, Vorsicht, hier stützt ein. Hier stützt ein. Hilfe, ich bin tot. Ich bin tot, scheiße. Hä? Ja, ich hatte Brandschaden. Lol, scheiße. Tobi, renn weg. Nice, nice, nice. Ist egal. Ja, ich hatte Brandschaden gehabt. Egal. Gewonnen. Zu lange dauern wird. Äh, Leute, jetzt lass mal, lass mal alle Fighter nehmen. Diesmal sind wir richtig offensiv. Okay, okay. Okay. Alles klaro. Fighter ist, wir, ähm, müssen direkt auf ein Team los. Direkt. Jo. Macht 0,5 Damage weniger für die, die es wissen wollen. Ja, jeder farmt Blöcke bis es, ähm... Nein, du kriegst 0,5 Damage weniger. Ähm, ja, das heißt, wir gehen... Ich bin Team Grün. Ihr auch. Ich bin auch. Okay. Okay, äh, Blöcke abbauen, bis die Welle fallen, und dann suchen wir uns ein Team aus. Jo. Ja, ich würd' sagen, Gelb. Okay, Gelb. Gelb? Wo ist das? Ja, Gelb. Außer, die stehen da zu 5. Jaja, entscheiden wir dann. Äh, ich würd' aber auch Gelb sagen, die fahren ziemlich lange. Komm, Gelb! Gelb, Blöcke! Okay, go. Flo, ich bin bei dir, ich nehm' den anderen. Der kommt und mich. Hab ihn. Äh, Torben? Wo? Ja, hier, hinter dir. Äh, bist du tot? Nee. Lass kurz regenerieren, nur kurz regenerieren. 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 Ja, ich hab' kein Leben verloren. Äh, lass auf blau. Komm. Ja, ja. Schnell. Okay, go. Ich geh' auf den hier. Hab' wir ihn. Rot! 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 Ist hier. Rot ist hier. Scheiße. Ich hab' Standbild, ich hab' Standbild. Jaja, sehr schön, ich hab' den anderen aufgeliehen. Äh, blau, äh, Gelb steht noch oben einer, Vorsicht. Ja. Und Blau noch oben welche. Vorsicht, ich bau mich hoch. Ja, ich auch. Willkommen von allen Seiten. Das sollte machbar sein. Das sollte machbar sein. Ja, weg ist das. Haben beide. Oh, fuck! Gelb schießt, wenn wir nicht aufpassen. Oh, fuck! Er wurde, äh, von Rot getötet. Rot! Äh, langsam runter bauen. Runter bauen. Ohne Voll-Damage zu kassieren am besten. Bin unten. Und mit ein paar Blöcken. Komm, wir geben, wir geben. Okay. Brauchshilfe? Kurz hinter dir, Torben. Da. Boom. Okay, nice. So, okay, direkt in zwei. So, mach was an. Nehmt euch sieben Blöcke mit. Hab' ich. Hab' ich. Ja, gut, dann. Moment, lass mich rüber. Wir suchen uns Richtung aus. Hier hoch, hier hoch. Achter, ich fände weg! Ja, ne, von allen drei Seiten. Torben ist tot. Okay, Flo, hoch. Ah, der hat mich runtergaunt. Regenerier doch, Red. Komm schon. Nein. Nein. Das macht mich traurig. Komm, Tobi. Nein, hinter dir. Schnell, greif ihn an. Der hat kassiert. Ja. Der hatte doch von mir. Sehr schön. Geil, kassiert. Nice. Boah, weißt du, genau wenn ich rüberspring, schießt da einer mit dem Boden. Das ist echt lustig. Wieso bist du nicht über diesen Steg gerannt? Aber der hätte mich einfach nur ausblenden lassen müssen. Äh, grünen. Ja, ja. So, die sind mal alle drei verschiedene Kids, dass wir so richtig ausnutzen. Okay, ich nehm Archer. Ich nehm Fighter. Okay. Ja, mir ist scheiß egal. Hm, hm. So, ähm. Wieso findet ihr immer Treasure-Chests? Ähm, die bringen dir ja nichts ohne Treasure-Keys, ne? Ja, ich hab aber zwei Treasure-Keys. Ich hatte einen eben. Ähm, okay Leute, dann machen wir das jetzt so. So, ich farm Blöcke. Damit sich Torben oben richtig schön verbarrikadieren kann. Ich bin immer noch Flo, scheiße. Äh, ich bin Fighter. Äh, Flo, Flo, äh, bist du nahe? Ja gut, bist du. Okay, das heißt jetzt müssen nur ein paar joinen. Guck mal, Flo, komm mal hier, Flo. Äh, ja, ja, wir fahr bei... Äh, Black. Hier, wir sind alle grün. Hinter dir. Hinter dir. Wo? Komm her. Achso. Was auch? Willst du ne öffnen? Nein, warte. Falsch. Hm. Also Leute, ich farm nur ein paar Blöcke und dann... Oder wir verbarrikadieren uns richtig schön in der Base. Wir bauen ne richtig schöne Wand. Okay? Ja, aber die wird ja abgebaut irgendwann. Oh, ah. Ja, okay, dann wollen wir uns hochbauen? Ja. Wollen wir uns hochbauen? Ja, machen wir. Du, wie du farmst die Erde weg. Mit deiner Schaufel. Oh, voilà. Ja, ich auch. Und du kannst uns dann ja ein paar Blöcke geben. Äh, Wände sind... Okay, gelb kommt, gelb kommt. Leute, gelb. Gelb. Okay, ich bin da, ich bin da. Geh weg, geh weg, geh weg. Scheiße, Alter. Rot kommt, rot kommt, rot kommt, rot kommt. Brauch Hilfe? Ne, krieg ich locker. Ja, ich hab dir geholfen. Äh, okay, hochbauen, Leute. Braucht ihr Blöcke? Ne, ich hab genau sieben. Okay, dann kommt. Hopp. Ach kacke, ich hab mich direkt gegen ne Kante... Ich brauch einen Block, scheiße. Ich bin da. Ja, komm her, hier. Blau kommt, blau kommt einer von unten. Ist egal. Solange die keine andere sind, ist es okay. Vorsicht, weg. Wo ist der? Ich bin runtergefallen. Tobi, Blocker. Äh... Warnt mich, wenn einer kommt. Äh, Torben, geh hier kurz weg. Ich fahre ein paar Blocker. Oh, ich werd abgeschüttet. Ja, mach ich. Ja, gelb schießt, gelb schießt, gelb schießt, gelb schießt, gelb schießt, gelb schießt. Hier, Flo, baut ne Barrikade. Tobi! Ich... Ja, ich hab nichts zum Entgegensetzen. Geh weg. Gib her, gib her. Ja, du darfst dich dann... Ach, Leute, ihr solltet nicht... Nein, dann gib mir die Blöcke für die Blöcke. Blau schießt auch, blau schießt auch. Scheiße, ich brauch schnell Blöcke. Ich musste hier in Deckung gehen. Ja, ich hab keine Blöcke, deswegen hab ich den Tobi gefragt. Hä, irgendeiner hat neun Clay-Blöcke mindestens. Nein, ich nicht. Ich nicht. Natürlich. Nein. Ach, dann sind die wahrscheinlich runtergebaut. Ja, ja, das hab ich doch gesagt. Ach so. Blau kommt, blau kommt, blau kommt. Na, alter, solange sich blau nicht hochbaut, ist alles cool. Ist jetzt die Frage. Ja, die bauen sich rein, die bauen sich rein, die bauen sich rein. Ich baue hier zu, Leute, nicht durch den Weg laufen. Einer baut sich hoch, einer baut sich hoch. Wo denn? Ja, ich hör nur Erde aufeinander stacken. Okay, ich deck die Seite ins Roten. Okay, ich deck die Seite. Da unten steht einer des Snake, glaub der baut sich... Ne, der baut sich nicht rein. Ich guck hier. Sollen wir den holen? Ne. Oh, hier baut sich noch einer hoch. Vorsicht, das Haus stürzt langsam ein. Pass auf, Hilfe. Pass auf. Hab ich, hab ich. Aua. Scheißpunkt. Das Haus stürzt langsam ein, vorsichtig, Leute. Einen hab ich, einen hab ich vom Blau. Wo werden wir beschossen? Ist down. Boah, das ist so ne Scheiß-Taktik. Ist nicht down, aber weg. Nur mal mit einem Archer sich oben zu verbarrikadieren. Unten ist ein Blauer. Oh. Äh, Flo, schieß mal bitte einen Pfeil auf die... Ja, da kommt der Blauer hoch. Ein Blauer kommt hoch. Ja, ich hol mir den, Torben. Ich hab volle Leben. Ja, ich auch, quasi. Ich nicht. Okay, weg, weg. Lass ihn. Gelb schießt. Was? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, ist okay. Ist okay, Torben. Lass, zieh dich zurück. Ja, die nerven aber. Hab ihn. Also, geschwächt. Okay, geh weg, geh weg. Oh, er schießt, er schießt, er schießt. Flo, auf den einen Blauen unten schießen. Oh, ich hab einen gelben getötet. Einen gelben ist tot. Sehr gut. Nice. Wir kriegen das. Ich glaub, wir sollen langsam runter. Ja, komm. Wer auch immer. Ähm, ja, hier. Ich hab nur noch zwei. Da, da, da. Der hat mich beschossen. Hausstützen, wir müssen runter. Okay, zu blau? Ja. Komm, go. Go, go, go. Hinter uns, hinter uns. Nein, zu blau. Ja, da war ein Blauer hinter uns. Hab ihn, hab ihn. Oh, der flog, der flog. Ich hab ihn. Okay, komm zu blau, äh, zu rot. Komm zu rot. Der hat mir nur einen Schlag gegeben. Neue Base. Äh, ein Blauer sollte noch bei uns sein. Aber ich hab nur noch unter Half-Life. Nur noch der gelbe, der hinten lebt. Komm mit. Nur noch der gelbe lebt. Ja, wartet. Lass doch ruhig angehen. Wir haben doch Zeit. Hä? Ja, warum? Ja, er soll runterkommen. Der ist ein Archerturm. Der könnte uns, wenn er schlau spielt, alle vernichten. Lass mich durch. Ich hab einen Spitzzackel. Lass mich durch. Ich hab nur fünf Leben. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg. Nein, ich krieg ihn. Okay. Mein Kill. Keine Ahnung. Okay, nice. Wieder gewonnen. Ja, noch eine Runde, ne? Ja, noch eine Runde. Okay, Team. Team Grün. Team Grün. Okay, Leute. Ähm, ja, letzte Runde, ne? Oh, ich bin in vier von vier. Scheiße. Ich bin Fiek da. Egal, wenn alle joinen, dann passt's. Oder wollen wir in blau? Lass ihn blau. Boah, nein, ich bin gar nicht mehr rein. Doch, Torben, jetzt komm. Ich komm da nicht mehr rein. Ich muss über die ganze Map laufen. Mit blau. Halt nicht rum. Äh, ja, also ich, ich, ich würde, wir kommen nicht zusammen. Wollen wir versuchen, den blau zu kommen, oder? Ja. Ach so, sagt's. Auf blau. Ja, ich bin in drei von drei. Ja. Das ist normal, weil wir nur sieben Spieler sind. Ja. Dann können wir noch ein bisschen mit unseren Sachen rumspielen. Ne, Dorm. Ja. Was haben wir denn? Ah, ich hab was cooles. Ich bin in rotes Team. Ender Perle. Hä, woher, woher habt ihr die alle sind das? Wuuu. Was ist das? Flo, 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 Flo. Guck mal. Ich finde irgendwie nichts. Ui. Und warte, guck mal jetzt Flo. Mann, wie sind die Morphs? Ich hab noch gar keinen. So, pass auf hier, guck. Lorie. Hä? Hö? Äh, Morphs, Morphs. 12.000, 6.000, 30.000, 30.000, 40. Und dann hab ich noch das. Wo hast du die alles gewonnen? Ich hab eben ganz viele gefunden. Ja, ich finde nie welche. Ich könnt mir noch Co holen. Ah, ich bin ja nicht im blauen Team. Dann hab ich noch die gute Paintball Gun. Guck. Hab ich auch. Ach wie. Ah, ich mach alles farbig. Und natürlich hab ich auch den Bat Blaster, aber kann ich gerade nicht nehmen. Mann, wieso haben wir das? Äh, in welchem Team sind wir? Blau. Ja, wir sind alle in blau. Oh mein Gott, zu dritt. Das ist ja wahnsinnig du. Wieso bin ich Archer, Mist? Ist egal, wir gehen auf, wir gehen auf rot. Wir sind aber nur, warum, ach so, wir sind zu dritt. Okay. Ach Gott. Ja, aber die anderen auch. Ich bin flöck und dann bei blau, äh, rot aufstellen. Schnell. Okay. Okay, drauf 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 drauf. Ich, bei mir leckt's, ich wird angegriffen. Okay, ich hab ihn. Einer down? Boah, standbelt. Nein, alter bei mir leckt's mies. Ich hab einen. Ja, ich hab auch einen. Trotz mieser leckt's. Lol. Ich schnapp den aus. Äh, grün, grün, jetzt. Hopp, hopp. Okay. Okay. Nein! Nein, ich sterbe. Nein! Hab noch einen, außer ich hab ein müßes Glück. Hab ihn. Oh, ich hab zwei Herzen. Zwei Herzen. Darfst du das? Zwei Herzen, hab ich. Ja, wo ist der Flo? Weißt du? Nee, ich bin am Verbrennen gewesen. Ja, ja, ja. Ich bin hinter grün versteckt. Bin hinter grün versteckt. Oh, hier ist ein grüner Scheißerwies. Ich bin tot. Er hat mich tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja, ich hab ihn noch gewonnen. Sehr schön. Ich bin nicht gestorben, alter. Ich hab auch ein Herz. Okay. Alle Runden sind einfach gewonnen. Gut. Okay. Ähm, ja, gut. Das war's dann mit dem 19. 19. 19. 19. Äh, Türchen des Minecraft PvP Adventskalenders. Und, äh, ja, wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und, äh, ja, jetzt Torben. In 5 Tagen ist schon Heiligabend. Oh, MT! Wenn die Zeit vergeht. Jaaa. Darf heute bis dahin noch die 1300 Abonnenten? Leute, haut rein. Wir müssen die knacken. Ja, stellt euch einfach euren Gezeiten abonniert uns. Wenn ja, dann gebt einen Daumen hoch. Oh, haha. Okay. Und das war's dann. Tschüüüß. Vielen Dank.